Wusstet ihr schon, was eines Nachts in Bethlehem geschah? Da begab es sich, dass Gottes Sohn geboren ward. Musik Vor langer Zeit in Bethlehem, so wird es uns erzählt, brachte Maria ihren Sohn in einen Stall zur Welt. Musik Stiel kniete Josef neben ihr, die Tiere sahen zu. So legten sie auf Heu und Stroh ihr kleines Kind zur Ruhe. Musik Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Die Hirten auf dem Feld des Haars in strahlend hellem Licht, den Engel, der zu ihnen trat und sprach, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch allen große Freude. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist euch geboren heut. Musik Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Musik Über dem Stall stand hell und klar noch lang der Weihnachtsstern. Die heiligen drei Könige sahen ihn von fern. Ihre Geschenke haben sie dem Jesuskind gebracht. Musik Und alle Kinder freuen sich noch heut auf diese Nacht. Musik Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Musik Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Musik Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Musik 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 Musik